Also ich muss euch sagen, so eine helfende Hand ist ja nicht so schlecht. Wenn die Katzen mal wieder hier, ach guck mal hier wieder, haben sie hier ein Armbrot mitgebracht. Guck mal langsam mal die Maus, wenn die nicht zerbissen ist, schon mal weg machen. Guck mal hier, die müssen wir jetzt dann so. Als Massagegerät. Oh, die fällt dir, Michael. Ja, schön. Tu mal ein bisschen ärgern die Katzen, aber als Massage, guck mal, die mir fällt jetzt ja so toll. Wie ist da? Nicht nur für mich als Rentner, freut mich nicht bücken. Jo, fein. Da kann man sie ja bürsten. Guck mal. Guck mal hier den Hintern. Als Sicherheitsabstand. Der liebt ja die Sticks so, da wird dir ja richtig irre. Ja. Ja, fein. Ja, mach Männchen. Mach Männchen. Jo, fein. So. Weil aus der Hand, der würde den ausreißen. Ja. Aber beißt ihn auch. Manchmal schluckt er den so, da. Ach, dicker. Aber meistens macht es Spaß, den Kater zu ärgern. Ja, komm, komm, komm. Spisch, 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 spisch. Oh Gott. Oh, der lebt.